Was geht ab, euer Pex und heute ist es am Start und heute habe ich das Sticker Album der WM 2010 am Start. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich, wenn ich anfange, euch das ganze Sticker Album zu zeigen, im Hintergrund ein bisschen Musik beilegen. Und dann, weil ich eh nicht so viel zu den Stickern sagen kann, und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns am Ende nochmal. Und jetzt kommt die Musik. Musik 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 Ja Leute, das war es auch schon wieder mit dem Sticker Album der WM 2014. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen habe ich auch die Yu-Gi-Oh! Booster am Start und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Pex United und ciao!